Rente mit 70. Neoliberale Wünsche des Großkapitals mit schlimmen Folgen für alle. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Passend zur guten Sommerlaune verursacht auch durch die Gaspreisumlage kommt der nächste Donnerschlag. Arbeitgeberpräsident Gesamtmetall, Wolf, fordert die Rente mit 70. Auf diesen Zug, wie sollte man es nicht anders erwarten, springt auch Professor Raffelhüschchen auf. Und Blasen schon wieder ins Horn. Alle arbeiten bis 70 oder wenn es geht bis in den Tod. Die Rentenkasse steht aufgrund der demografischen Entwicklung vor dem finanziellen Kollaps. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ha 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 ha, das ist ja bekannt. Aber ein Grund, der schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Super Idee, Herr Wolf und Herr Professor Raffelhüschchen. Ihnen fällt wirklich nichts anderes ein. Warum sagen Sie es nicht gleich? Ach was, bis 70 arbeiten? Nein, besser bis 75, 80. Damit alle schön den Wohlstand für Sie erarbeiten können. Griff in die neoliberale Mottenkiste oder todernst? Für Wolf und Raffelhüschchen sicher schon. Dennoch finde ich eine grottenschlechte Idee. Herr Wolf, sorgen Sie erst einmal dafür, dass Ihre Mitarbeiter in Ihrem Metallverband ausreichend Geld bekommen. Denn würden diese sich nicht wundern, wenn Sie nach 45 Jahren Arbeit im Schnitt 1.500 Euro Rente bekommen? Denken Sie nicht dann auch, dass das ein bisschen wenig ist dafür? Und Sie, Herr Raffelhüschchen, sollten einfach mal Ihren Horizont dazu nutzen und mal darüber nachdenken, warum die Antwort auf die demografische Entwicklung nicht eine Ausdehnung der Rente bis 70 sein kann, sondern eine Erwerbstätigenversicherung, in der alle einzahlen. Beamte, Politiker, Selbstständige, so wie ich zum Beispiel auch und natürlich Sie auch. Und schon wäre das Problem mit der Demografielücke einfach gelöst. Und dann noch eine 13. und 14. Monatsrente wie in Österreich. Im Übrigen, Herr Wolf und Herr Raffelhüschchen, sollten Sie sich mal die Forderung vom Präsidenten des Bundessozialgerichts zu Gemüte führen. Dieser forderte nämlich eine einheitliche Rentenversicherung für alle, auch für Beamte und für Richter. Eine Rente mit 70 in Deutschland wäre katastrophal. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Menschen sollen länger arbeiten gehen, also zum Beispiel Frauen in der Klinik oder als Pfleger in der Klinik oder auf dem Bau oder zum Beispiel bei Herrn Wolf an der Drehbank. All diese Dinge, körperlich schwere Arbeit. Und die sollen dann noch länger arbeiten gehen? Ich kann Ihnen ganz genau sagen, was die machen werden. Die gehen trotzdem mit 63 in Rente und kassieren dann aufgrund ihres genialen Vorschlages 25,2% Abschlag. 25,2% Abschlag nämlich dafür, dass sie mit 63 in Rente gehen und dann bis 70, im Grunde genommen 84 Kalendermonate früher oder bis zum 70. Lebensjahr, 84 Kalendermonate früher in Rente gehen. Pro Kalendermonat 0,3% Abschlag ergibt in der Summe 25,2% Abschlag. Da sage ich, noch mehr Altersarmut vorprogrammiert. Meine Damen und Herren, bitte lieber Herr Wolf und Herr Raffelhüschchen und wie Sie alle so heißen aus der neoliberalen Ecke, hören Sie mit Ihren unsozialen Vorschlägen auf. Sorgen Sie dafür, dass Menschen in Deutschland besser verdienen können. Da wäre schon wirklich vielen geholfen. Rente mit 70 ist ein absolutes Unding und täglich grüßt das Murmeltier. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Rente mit 70.